Oh, 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 was geht ab ihr geilen Globus, wie dann sagt, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Modern Warfare Remastered Multiplayer. Ich spiele wieder Team Deathmatch auf District, leider nicht auf Bock wie in der letzten Folge man gesehen hat noch, wurde leider für District abgestimmt. Ich hatte mich gefreut ein bisschen Sniper Action zu zeigen, aber District ist dann nicht so wirklich die Map für Sniper, sondern eher Bock. Deswegen wollte ich euch mal zeigen, was ich snipen kann. Also Modern Warfare bin ich wieder besser in Snipen, denn das Spiel ist halt langsamer, die Leute hüpfen nicht wie wilde Karnickel durch die Gegend, also man kann auch mal treffen. Das ist in Infinite Warfare und so schwerer, deswegen spiele ich da gar nicht mehr mit Sniper. Aber damals in MV3, da wurde ich von Kollegen quasi zur Snipermaschine ausgebildet, ich konnte mit keiner anderen Waffe mehr spielen. Wir haben immer Sniper-Oni gespielt und nach Monaten wollte ich dann mal wieder einfach so normale Runde Multiplayer und bin einfach nicht mehr mit meiner ACR klargekommen. Es lief einfach nicht mehr. Oh, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich hab mir jetzt auch mal... Alles klar, Dartscheibe 23 hat mir einfach mal eine Fondschauce-Ausfrage geschickt. Mann! Ich vergesse immer einzustellen, dass ich keine Benachrichtigung haben will, wenn ich aufnehme. Ich bin so ein hästiges, dummes Stück Scheiße. So, friss das. Okay, der ist tot. Das nervt im Video, aber wenn ich dann irgendwie aufgehört habe mit Aufnehmen und dann kommt irgendwann vielleicht mal eine Einladung, dass man mal zusammenspielt, dann sehe ich das hier nicht mehr, weil ich die Mitteilung ausgeschaltet habe. Das trägt mich auf. Oder... So, friss das. Äh, hier. Ja, wisst ihr Bescheid. Also entweder vergesse ich es wieder anzuschalten nach der Aufnahme oder ich vergesse es wieder auszuschalten vor der Aufnahme. Eins davon ist immer der Fall. So, Luftangriff haben wir. Wo soll der hin? Ich mach ihn mal da hin. Und dann muss ich hier weg. Dann muss ich hier weg, Alter. Das war so dumm und scheiße und kacken Mist. Mann. Na, und er trifft auch keinen. Natürlich trifft er keinen. Ich hätte fast einen Heli gehabt. Noch zwei Kills. So, Headshot. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. So, Granate. Da hinten ist sogar noch einer. Boah, der hat die gerade hart abgekriegt. So, Flash. War ja auch gar nicht so erwarten, dass er von da kommt. Freibliche Drohne gestartet. Wääh. Da hab ich null gesehen. Sitzt er da eiskalt hinterm Auto, Alter. Was ist denn falsch mit ihm? Freibliche Drohne gestartet. Also wenn, dann sitzt man ja im Auto, nicht hinterm Auto. Also irgendwas hat er noch nicht verstanden, glaube ich. Der macht gerade noch sein. Alter, ernsthaft. Da hat mir Tyrium mit und ich sterb, weil ich da... Alter, ich hasse diese Scheiße, ne? Ich hasse es einfach. Jetzt kletter hier doch rüber. Er hat heute ein Brötchen mehr gegessen zum Frühstück. Deswegen kam er da gerade nicht rüber. Heute war Schlemmertag bei den Soldaten. Einmal in der Woche dürfen die sich gönnen. Aber es ist Samstag. Ich hab auch gerade Samstag. Deswegen. Macht Sinn. So, jetzt werden die von da wahrscheinlich kommen. Nö. Kommt da doch einer jetzt? Nö. Okay. Gut, dann hol ich mir den da mal. Jetzt rennt er da. Alter. Kommen sie her. Mister. Alter, will der Typ mich verarschen? Komm zurück, Alter. Ich will dich jetzt töten. Da dreht er sich eiskalt um, Alter. Was sind Nudelsack. Unsere Drohne ist einsatzbereit. Oder ist er der Punkt, der gerade wegrennt? Ich bin doch selber nickt. Jawohl. So, Luftangriff. Mach ich mal dahin. Sagen mir gerade sinnvoll aus, als ich es ausgewählt habe. So nicht. Nein, nein, nein. Nein, ich hätte fast die Idee wieder gehabt. Das war mal wieder schlecht geschossen. Geschossen, wie man es nicht tun sollte. Da kommen Flugzeuge. Mami, Flugzeuge. Oh, 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 oh. Schneller umdrehen bitte. Hier kriegt ihr noch eine Flash. Und nochmal die Waffe. Ah, scheiße. Ich kann die Waffe gar nicht mehr angucken. Nee. So, wie habe ich gespielt? 16,5. Auch wieder in der 3,2er KD. Die letzte war 3,67. Also, ein bisschen verschlechtert, aber war ganz in Ordnung eigentlich. Ich habe wieder die Beste aus der ganzen Runde. Kann man mal haben. Und das ohne Hedi. Oh, ich, ah, ich hätte zweimal fast einen gehabt. Einmal zwei Kills und einmal einen Kill. Haben mir gefehlt. Aber es sollte nicht sein. Oh mein Gott, Schüppmelder. Alles klar, nächste Folge. Alles, was ihr seht, ist sterben und leichten. Mehr seht ihr nicht. Oh Mann. Gut, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Wo wir dann hoffentlich Shipman spielen. Tschüss. Mensch, Alter, raul ich schon wieder über das scheiß Headset-Kabel. So. So.